Hallo, da ist der Manfred und die Anne aus der Eco-Lounge und heute zeigen wir euch einen Klassiker aus der französischen Küche und zwar ein Tarte-Tarte und ich sage euch jetzt schon, das wird euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Viel Spaß dabei! Ja, wo kommt der Name? Der Name Tarte Dardin, naja, die Marame Dardin war eine sehr gute Köchin in Frankreich und hat alsdessen einen Kuchen vorbereitet, der ihm ins Glück ist. Jetzt hat sie aber keinen Zutat für ihren zweiten Kuchen gehabt und hat aus der Not heraus schnell einen Mürbeteig gemacht, hat Hüpfel karamellisiert und hat einen verkehrten, karamellisierten Auffelkuchen gebacken. Und das war die Geburtsschule der berühmten Tarte Dardin. Musik 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 Ich hoffe es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn ihr Freunde habt, sie genauso gerne kochen wie ihr, dann bitte teilt das Video. Und viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik